Hi, ich bin Ju. Ich bin hier seit 01.01.2018 bei Hustlicht & Ton. In meiner Freizeit fahre ich gar ein Motorrad, spiele gar ein Schlagzeug, bastel an Motorrädern oder an Autos rum. Zu meinen Aufgaben im Key Account gehören natürlich unter den normalen Einkaufsberatungen, die wir jetzt alltäglich haben, auch unter anderem Projektgeschäft, wo wir dann zum Beispiel, wenn eine Schule einen größeren Invest-Fonds hat, auch als Berater zur Seite stehen und helfen, so gut es geht, welche Technik denn für dieses Projekt am besten wäre. Wenn mich meine Kollegen beschreiben müssten, wäre es wahrscheinlich das Wort Quatschkopf. Bei Hust gefällt mir einfach das Team am besten. Die Teamarbeit mit meinen Kollegen ist cool. Wir haben ein junges Team hier, ein sehr kreatives Team. Macht einfach Spaß. Die Lichttechnik ist natürlich meine Leidenschaft. Nicht nur hier, um Lichttechnik zu verkaufen, sondern natürlich immer noch auf Jobs zu fahren, hinter dem Pult zu stehen, zu programmieren. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir. Ich bin immer für jemanden da, der irgendwelche Fragen hat für die VT. Bis dann. Ciao. Musik